Hey Mom, kann ich am Freitag mit Sissy und Karen auf ein Konzert? Rockkonzerte sind gefährlich. Nie darf ich was tun, worauf ich Lust hab! Haben Sie hier jemand Verdächtigen rumrennen sehen? Kennst du einen gemütlichen Ort, wo wir hingehen können? Willst du ein paar Platten hören? Oh, ich liebe John Q. Er ist der Beste der Besten! Ich kann dich wirklich nicht durchschauen. Du hast nur Scheiße am Hör. Dang! Du bist gut im Basketball! Hat der Sitzschnüffler dich belästigt, Spasti? Nein, er ist mein Freund. Ist das so? Denkst du, ich bin ein Spasti? Du bist kein Spasti. Du bist eine echte Punk-Rockerin. Du willst echt, dass ich das singe? Lass hören, was du drauf hast. Seid ihr beide gedruckt? Du hast meinen Tänzer eingeworfen! Tuf die Polizei! Ich will mein Schreck! Hey Simon, danke für den besten Tag der Welt. Ich bin ein Spasti. Ich bin ein Spasti. Untertitelung des ZDF, 2020